Musik Zwischen Jenner und Hohem Brett bei Berchtesgaden habe ich den Ostalpen-Enzian aufgenommen. Seine Blütezeit liegt zwischen Juli und September. Sein Verbreitungsgebiet ist von der östlichsten Schweiz bis Niederösterreich. Seine Höhenverbreitung liegt in der subalpinen und montanen Region. Musik Der pH-Wert des Substrats liegt im neutralen Bereich. Musik Der pH-Wert des Substrats liegt im neutralen Bereich. Musik Der pH-Wert des Substrats liegt im neutralen Bereich. Musik Der pH-Wert des Substrats liegt im neutralen Bereich. Musik Der pH-Wert des Substrats liegt im neutralen Bereich. Musik Der pH-Wert des Substrats liegt im neutralen Bereich. Musik Der pH-Wert des Substrats liegt im neutralen Bereich. Musik Der pH-Wert des Substrats liegt im neutralen Bereich. Musik